Und da sind wir wieder, hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1612. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Zehn Tage ist es her, dass der letzte Nachtzug nach Hamburg erschienen ist. Ich denke, es ist endlich wieder mal Zeit. Und ich weiß nicht, was ihr am dritten Adventssonntag so alles macht. Ob ihr gemütlich im Kreise eurer Lieben zu Hause sitzt, vielleicht einfach ein bisschen Fernsehen schaut, paar Spiele zusammen macht, alles bei Kerzenschein oder ob ihr euch auf einem der zahllosen, teils überfüllten Weihnachtsmärkte rumtreibt. Aber was mich viel mehr interessiert, wie werdet ihr Weihnachten verbringen? Ich kenne einige Leute, die werden sich pünktlich am 24.12. ins Flugzeug setzen und in den Süden fliegen, um bei Sonne, warmem Wasser, einfach mal ein völlig anderes Weihnachten zu verbringen und dem leider teilweise unvermeidlichen Familienstress zu entgehen. Die meisten meiner Freunde allerdings feiern, so wie wir auch, Weihnachten in Familie und hoffen, dass es neben diesen Fressorgien noch ein paar andere lustige Momente gibt und eben nicht so sehr stressbeladene Gespräche zustande kommen. Denn wir sind es ja einfach nicht mehr gewohnt, als moderne, individuell lebende Menschen so in der Familie zusammen zu glucken und das über mehrere Tage hinweg. Da kann schon mal die Luft ein bisschen dicke werden, oder? Aber ich tue auch einiges gegen den Weihnachtsstress. Die meisten Weihnachtsgeschenke habe ich schon. Dank Internetbestellung ist alles eingetroffen, sagen wir fast alles. Auf zwei Pakete warte ich noch. Dann habe ich tatsächlich alles beisammen. Und was ist besser, um mal wirklich auf ganz andere Gedanken zu kommen? Richtig, ein genialer Konzertbesuch. Und den habe ich am Freitag tatsächlich mal wieder hinter mich gebracht. Und zwar war ich bei Mia. Kennt ihr Mia? Mia aus Berlin. Viele kennen dieses Tanz der Moleküle. Das ist, glaube ich, auch deren bekanntestes Lied. Aber es gibt so viele geniale Songs, die diese Band hat. Und es war ein bisschen mit Schwierigkeiten versehen, denn die Karten habe ich schon lange. Und auf den Karten stand drauf, dass im Docks, das ist also ein Veranstaltungsgebäude auf der Reeperbahn in Hamburg, dieses Konzert stattfinden soll. Und dann bin ich da natürlich hin. Ungefähr eine Stunde vor Konzertbeginn war ich da. Und dann waren da alle Türen zu. Und es standen ein paar Leutchen draußen. Ja, und dann meinte eine, sagte dann, ja, kann das vielleicht sein, dass dieses Konzert woanders stattfindet? Sie hatte da wohl im Radio was gehört, dass es auch verlegt werden könnte. Und dank Internet auf dem iPhone war man natürlich dann schnell in der Situation zu erfahren, Mist, das Konzert findet in der Alsterdorfer Sporthalle statt. Da, wo ich auch vor zwei Wochen ungefähr bei DXX gewesen bin. Und Gott sei Dank waren da auch ein Pärchen, die mit dem Auto da waren. Die haben uns alle mitgenommen. Wir passten da Gott sei Dank rein. Und dann sind wir in die Alsterdorfer Sporthalle gefahren, dachten schon, jetzt haben wir den Anfang vom Konzert verpasst. Aber der Beginn wurde auch nach hinten verschoben. Nämlich von 19 auf 21 Uhr, so das noch. Richtig Zeit war. Und Mia versteht es, die Leute wirklich grandios zu unterhalten. Es geht nicht nur darum, dass die mehr oder weniger bekannte Lieder abspielen, sondern eine großartige Bühnenshow und auch die Fähigkeiten, die Entertainment-technischen Fähigkeiten der Frontfrau von Mia, die sich Mieze nennt, die sind genial. Sie hatte ihr Publikum im Griff, das Konzert war ausverkauft. Es war eine Bombenstimmung, wirklich bis zur letzten Zugabe. Sollte also Mia demnächst bei euch in der Nähe spielen. Ich weiß, dass sie am Samstagabend in Berlin gespielt haben, aber es geht 2013 weiter mit der Tacheles Tour. Ich kann es wirklich empfehlen. Schaut euch das an. Sehr gute Unterhaltung. Und man glaubt gar nicht, wie viele Lieder einem von Mia gefallen können, denn man selber kennt nicht alle. Oder ich persönlich kannte nicht alle. Aber es war ein total geniales Erlebnis, da mal zuzuhören. Wenn ihr auch Tipps habt von Bands, die man eigentlich kennt, aber zu denen man eigentlich auch nie ins Konzert gehen würde, wobei die dann genial sind, wenn sie auftreten, dann bin ich für solche Tipps sehr, sehr dankbar. Schreibt einfach an nachtzug.email.de und ich gucke mir die dann mal an, wenn die in Hamburg auftreten. Oder ich fahre irgendwo hin, wo diejenigen auftreten. Das ist ja auch heutzutage alles kein Problem mehr. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Das war's für Himmel. Das war's für Himmel. Das war's für Himmel. Untertitelung des ZDF, 2020